Ein neues Flugzeug, ein neues Flugzeug, na fast. Hier sehen wir sie, die Delta Mike Kilo Kilo Eco und über sie werde ich heute berichten. Du siehst einmal im Gegensatz zu sauberen Motoren, hast du einen normalen Tankdeckel und das Staberl steckt dann noch innen drinnen. Eine Besonderheit bei dem Staberl ist, dass das leicht magnetisch ist, damit Späne hier angezogen werden. Nachdem der Ölkreislauf durch den Ölbehälter geht, zieht das magnetische Stangerl die Späne an. Und ich sehe beim Rottax Motor sofort, wenn ich da Späne drauf habe, da stimmt was nicht, bitte sofort schreien. Welches Öl füllen wir ein? Autoöl. Im Wesentlichen das Öl, das im Flieger liegt. Das schauen wir uns jetzt genau an. So, wir haben hier unser Beauty-Kässe. Im Beauty-Kässe sind so kleine Flascher drin, die bitte wieder schön zuschrauben und wir füllen nur dieses Öl ein. Unbedingt. Kein anderes. Nur dieses Öl. Wir drehen den Propeller durch und drehen den Propeller bis er am Totpunkt ist und dann drehen wir ihn leicht über den Totpunkt wieder. Halb passt. Ist ja gerade ein Ölwechsel gemacht worden. So, wenn man was tut, unter die Fläche legen. Weil in der Hektik rennt man dann rund um und dann... So, jetzt sieht man so ein Rottax Motor ist eine feine Sache. Da sieht man sehr schön, dass der praktisch neu ist. Mit 300 Stunden und in einem wirklich sehr schönen Zustand. Du hast da das Untersetzungsgetriebe. Außer. Und du hast vorne, ähm, ist also diese, diese Konstant Speed, der Verstellprope, wo der Ölfluss, siehst du das, den kannst du mit der Hand verdrehen. Dann siehst du nämlich auch, ob das System funktioniert. Das soll halbwegs leichtgängig sein und sich von Hand verdrehen lassen. Das ist ein sehr kompakter Motor. Ist ein Vierzylinderboxer. Also auch ein O-Opposit. Mit der Besonderheit, da siehst du die Kühlluftrippen. Normalerweise bei einem Leica oder einem Conti sind die viel länger. Und der hat da, hier drum hat er diese Zuleitungen, der hat da die gekühlte Köpfe. Mit einem in sich geschlossenen Kühlkreislauf. Wo wir als Piloten gar nichts angreifen und gar nichts tun. Im Zuge, je heißer das wird, desto mehr steigt das auf. Wie stark hast du dazu. Da war zum Nachfüllen für die Kühlflüssigkeit, was wir aber nicht tun. Das macht nur die Risse. Bei Z-Tram 6, wenn du uns drüber greifst. Der ist auch schön, weil der ist praktisch geschützt. Der ist verkleidet. Der hat so einen Grundstoffüberzug. Da muss Wasser gekühlt sein. Das sind ja nur die Köpfe. Luft braucht er trotzdem. Da haben wir noch einen zusätzlichen Ölkühler. Da vorne haben wir das kombinierte Landing-Taxi-Leute müssen wir gar nicht haben. Aber wir haben es trotzdem. Das ist recht praktisch für kontrollierte Airports. Der restliche Outside-Check ist dem anderen Flugzeuge sehr ähnlich. Und wir konzentrieren uns noch ganz kurz auf die Besonderheiten im Cockpit. Hauptschalter und Avionikschalter ein. Und ON beim Funkgerät. ON beim Transponder. TV heißt Dual Watch. Man kann also die zweite Frequenz monitoren. Volume ist ja auch selbst erklärend. Hier kann man die Lautstärke lauter und leiser stellen. Am rechten unteren Knopf kann man die Kilohertz der Standby-Frequenz verstellen und links die Megahertz. Wenn man auf die beiden Pfeilchen drückt, hüpft die Standby von unten nach oben und wird zur aktiven Frequenz. So einfach kann ein Funkgerät sein. Nun der Transponder. Mit Mode kann man Charlie und Sierra separat anwählen oder auf Standby gehen. Mit dem Drehknopf kann man auf der Squawk Standby-Frequenz die Ziffern einstellen. Mit dem Pfeilchen kommt man jeweils rechts auf die nächste Zahl. Ein Druck auf die Switch-Taste lässt den Standby nun zum aktiven Squawk werden. Wir haben auch noch einen Ident-Knopf und einen Knopf der automatisch den VFR Squawk einwählt. Ein kurzer Schwenk durch das Cockpit. Der Geschwindigkeitsmesser in Stundenkilometer, ein Turn-Kilometer und ein Höhenmesser. Der Transponder, ein Stundenzähler, das Funkgerät und das Variometer. Wir haben das wunderbare 696. Hier sehen wir Revolutions per Minute, Manifold Pressure, Oil Temperature, Zylinderhead Temperature, Oil Pressure, Fuel Quantity und Fuel Pressure. Der blaue Leveler ist für den Constant Speed und der Dreh-Schiebknopf hier für die Power. Die Schalter für die Elektrik sind alles selbst erklärend und wunderbar beschriftet. Unter dem Panel befinden sich die Sicherungen. Man kann durch einfaches drüber streichen fühlen, ob alle in sind. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Wie ist das? Wie ist das? Vielen Dank.